Wir haben links Jeremy Farrar vom Wellcome Trust. Das ist eine britische Stiftung, die über 25 Milliarden Dollar verfügt. Das ist eine unglaublich einflussreiche Stiftung im Feld Gesundheitspolitik. Also vom Geldvolumen sind die einflussreicher als die Rockefeller Stiftung, als die Stiftung von George Soros. Die haben also mehr Geld und er ist in der internationalen Gesundheitspolitik extrem gut vernetzt. Ganz rechts, das ist Christopher Elias von der Gates Foundation. Und die Gates Foundation ist ja nun nochmal eine Nummer größer. Die haben nicht 25 Milliarden, die haben 50 Milliarden und sind noch besser vernetzt und spielen in der internationalen Gesundheitspolitik also eine führende Rolle in der Welt, kann man sicher ohne Übertreibung sagen. Diese beiden Herren sind ab 2017 Berater der deutschen Bundesregierung. An einem Tisch mit Christian Drosten und dem Gesundheitsminister. Sollte man vielleicht schon mal gehört haben. Okay. Kommen wir ins nächste Jahr. 2018 gibt es in den USA wieder eine große Bioterrorübung. Das ist diesmal keine internationale Übung. Hier um diesen Konferenztisch in Washington sitzen Personen, die den nationalen Sicherheitsrat repräsentieren. Also Leute, Politiker, Beamte, wichtige Leute mit hohen Funktionen, die spielen. Sie wären jetzt der nationale Sicherheitsrat und es gibt jetzt eine Bioterrorattacke und sie müssen reagieren. Interessant ist das aus verschiedenen Perspektiven. Wir sehen hier in der Mitte eine Videoeinspielung eines Fernsehsenders. Und das ist eine vorproduzierte Fernsehsendung. Und die beiden Frauen, die da miteinander sprechen, sind in den USA ganz bekannte Fernsehmoderatorinnen. Wenn das jetzt in Deutschland wäre, ist das so, als ob da Sandra Maischberger und Maybrit Illner miteinander gerade über einen Bioterroranschlag konferieren. Und die Leute da reagieren dann darauf. Man hat sich Mühe dabei gegeben, das so realistisch wie nur möglich zu machen. Dass wirklich die Leute, die da an dem Tisch sitzen, das Gefühl haben, das ist jetzt real. Mit großem Aufwand ist das gemacht worden. Okay, bei dieser Übung ging es darum, dass eine fiktive, hochrangige, elitäre Sekte in einem Biolabor in Zürich einen fiesen Virus entwickelt hat, den sich dann zirkulieren hat lassen auf der Welt, eine Pandemie entsteht. Und das Ziel dieser Sekte soll es gewesen sein, die Weltbevölkerung zu reduzieren. Also ein ganz dämonisches Ziel. Das ist das Szenario dieser Übung Clate X gewesen. Auch wieder organisiert vom Center for Health Security, die diese ganzen anderen Übungen auch schon geplant haben in dem Jahr zuvor. Mit dabei ist rechts Tom Daschel, den hatten wir vorhin schon mal, einer der Empfänger der Antragsbriefe. Zwischenzeitlich ist er als Lobbyist für Gesundheitsunternehmen tätig gewesen. Und hier hat er eben an der Übung teilgenommen. Links neben ihm sitzt Tara O'Toole. Das ist eine Bio-Security-Expertin, die sehr viele Drehbücher für diese Übungen geschrieben hat. Also zum Beispiel für die Übung Dark Winter vorhin hat sie das Drehbuch geschrieben. Sie sitzt ja auch mit am Tisch. Sie hat später eine wichtige Funktion in der Regierung gespielt. Und ja, ist eine Schlüsselperson in dieser ganzen Szene tatsächlich. Jetzt sind wir also schon sehr nah an der Gegenwart. Und bevor ich Ihnen etwas über die letzte Übung Event 201 erzähle, im Oktober 2019, möchte ich noch mal ein ganz anderes Fass aufmachen, weil ich denke, dass es in diesem Kontext gehört. In dem Kontext sich die Frage zu stellen, warum begann diese ganze Corona-Pandemie im Januar 2020. Man kann natürlich sagen, naja, da tauchte das Virus halt auf, wenn wir in der offiziellen Erklärung bleiben. Und dann nahm das eben seinen Lauf. Es ist eben schicksalhaft so passiert. Wenn man jetzt unterstellt, dass das nicht so schicksalhaft passiert ist, sondern dass das von einigen Kreisen gelenkt worden ist als Gedankenspiel, dann ist es vielleicht nicht uninteressant, sich klarzumachen, was im September 2019 passiert ist. Da hat sich nämlich ein sehr großes Beben an den Börsen ereignet. Und ich hatte davon fast nichts mitbekommen. Ich hatte das damals nur ganz am Rande als kleine Meldung wahrgenommen, aber nicht weiter verfolgt. Und erst jetzt für diesen Vortrag mir das mal näher angeschaut, wie ich vorhin schon eingangs sagte, in meinem Buch habe ich dieses Thema auch noch nicht drin. Um Ihnen zu vermitteln, was da wirklich passiert ist, will ich Ihnen einfach mal einen kurzen Zeitungsbericht dazu zeigen, der das ganz gut zusammenfasst. Das ist ein Artikel aus der Zeit, der ist im Oktober 2019 erschienen. Und da heißt es Kurzschluss im Finanzsystem. Die US-Notenbank will mit Milliarden Dollar einen Totalausfall am Geldmarkt verhindern. Wie kritisch ist die Lage? Ich lese Ihnen mal die wichtigsten Infos aus dem Artikel vor, damit Sie verstehen, was da los war. Die Krise kam über Nacht, Banken drohte das Geld auszugehen. Notenbanker pumpten hunderte Milliarden Dollar in den Geldmarkt, bloß um das Schlimmste zu verhindern. Das alles klingt nach dem Höhepunkt der Weltfinanzkrise vor elf Jahren. Doch tatsächlich beschreibt es den Montag vorletzter Woche, also September 2019. Da stand ein wichtiger Teil des Weltfinanzsystems kurz vor dem Zusammenbruch und die Öffentlichkeit bemerkte so gut wie nichts. In der Nacht zum 17. September schoss ein bestimmter Zinssatz ohne Vorwarnung nach oben. Der Satz, der für Banken gilt, die sich kurzfristig etwas leihen wollen. Normalerweise werden Banken dort für etwa 2% Zinsen mit Cash versorgt. Aber plötzlich kostete Cash dort 10%. Das letzte Mal, dass die Notenbänker am Repomarkt, so heißt dieser Finanzplatz, eingreifen mussten, war nach dem Untergang der Investmentbank Lehman Brothers 2008. Die Schieflage der Investmentbank löste damals einen Notstand in diesem Teil des Finanzsystems aus, was fast zum Kollaps der Weltwirtschaft geführt hätte. Ich fand das sehr interessant, finde das immer noch sehr interessant und habe mir versucht, das mal zu überprüfen und mir die Zahlen anzuschauen. Bin auf die Webseite der Federal Reserve gegangen, also der amerikanischen Notenbank. Und da findet man folgende Grafik. Für alle, die sich jetzt mit Finanzwesen und Zahlen nicht so auskennen, nicht erschrecken. Diese Grafik ist kein Zauberwerk, nicht so kompliziert, wie es auf den ersten Blick aussieht. Ich will es Ihnen kurz versuchen zu erklären. Die Grafik zeigt die Balance Sheet, also die Bilanzsumme der Notenbank. Das könnte man so übersetzen. Die Grafik zeigt, mit wie viel Geld sich die Notenbank an der Wirtschaft der USA beteiligt. Also wie viele Staatsanleihen kauft sie auf, wie viele Unternehmensanleihen kauft sie auch auf. Das bedeutet, die Notenbank schöpft Geld, bringt es in den Markt, um auszugleichen, dass Banken sich selbst kein Geld mehr leihen, weil sie das Vertrauen verloren haben. Das ist also das, was passiert. Man könnte das ein bisschen vereinfacht gesagt als Fieberkurve der amerikanischen Wirtschaft auch bezeichnen. Das ist es tatsächlich. Wir fangen mal links an. 2008, vor der Finanzkrise, hatte die Federal Reserve eine Bilanzsumme von ungefähr einer Billion, also 1000 Milliarden US-Dollar. Das verdoppelte sich in wenigen Wochen im Herbst 2008. Warum verdoppelte sich das? Weil die Banken sich untereinander kein Geld mehr geliehen haben. Das Vertrauen war weg. Und da muss die Notenbank einspringen, denn sonst kollabiert das System. Das ist passiert. Was interessant ist, ist, dass das nicht zurückgefahren wurde, sondern das Niveau blieb gleich in den nächsten Jahren. 2010, 11 wurde es erhöht, 12, 13, 14 wurde es weiter erhöht. Und dann gab es eine Plateauphase von 2015 bis Ende 2017 mit einer sehr hohen Plateauphase. 4 Billionen, also der vierfache Wert von vor der Krise. Und wenn man sich das jetzt mit dem Abstand von heute mal anschaut, dann sieht man, diese Blase war gigantisch. Und es ist klar, dass man eine so große Blase nicht auf ewig aufrechterhalten kann. Irgendwann muss man die Luft ablassen oder sie platzt. Und genau das hat die amerikanische Notenbank Ende 2017 versucht. Sie hat entschieden, langsam und gezielt kontinuierlich Luft aus dieser Blase abzulassen, Vermögenswerte zu verkaufen und damit Geld wieder zu löschen aus dem System. Und das ging zwei Jahre lang gut. Von Ende 2017 bis Ende 2019. Und wir zoomen da mal näher ran. Da sieht man es nochmal, wie kontinuierlich, also Monat für Monat versucht hat, die Notenbank Luft aus der Blase abzulassen. Und die Märkte haben mitgespielt, die Investoren haben das akzeptiert. Und im September 2019 ist irgendwas passiert. Ich weiß nicht was, ich kann es Ihnen nicht sagen, aber Fakt ist, das Vertrauen an diesem Finanzmarkt, an dem Repromarkt, ist zusammengebrochen im September 2019. Und das bedeutete und das führte dazu, dass die Notenbank ihren Kurs total ändern musste. Was sie zwei Jahre lang gemacht hat, musste sie komplett umkehren. Sie musste wieder zukaufen. Das ist also ein Schock gewesen für diese Bank. Und man sieht, dieser Anstieg hier, der hat überhaupt nichts mit Corona zu tun. Das hier ist der Januar 2020, das ist der Anstieg im Schatten von Corona im März. Aber das hier, Oktober, November, Dezember 2019, hat nichts mit der Corona-Krise zu tun. Es ist aber die gleiche Bewegung, die sich später nur noch verschärft hat. Wenn man das jetzt mal einen, ach nee, zuvorderst möchte ich Ihnen noch einen Bericht zeigen aus dem Januar 2020. Also auch noch bevor Corona das große Medienthema wurde, vom 16. Januar. Da hat der Handelsblatt-Journalist Norbert Hering zu diesem Anstieg einen Artikel gemacht. Und darin schreibt er. Die FED begründete ihr Eingreifen wenig überzeugend mit einer temporären eigenen Fehlkalkulation. Man dürfe keinesfalls schließen, dass die Banken sich gegenseitig nicht mehr trauen. Die angebliche Fehlkalkulation ist offenbar ziemlich hartnäckig. Vier Monate später gibt es die Notfallkredite immer noch in ungebremster Höhe. Und ein Ende ist nicht absehbar. Die Namen der Empfänger der Kredite hält die FED geheim, damit diese nicht den Ruf der Bedürftigkeit bekommen. Vielleicht befindet sich der von den Notenbanken befeuerte Finanzmarktboom in der Endphase vor dem Zusammenbruch. Ich will das mal in den größeren zeitlichen Kontext stellen. Ich habe mir eine Grafik rausgesucht. Der Bilanzsumme der Federal Reserve, die nicht nur 10 Jahre zurückgeht, sondern 100 Jahre zurückgeht. Solange gibt es diese Bank ja schon. Das ist diese Kurve. Da sehen Sie im Grunde, mit welchem Anteil die Notenbank an der Wirtschaft der USA beteiligt ist. Und wir sehen, das ist hier 2008 die Finanzkrise. Ein solches Ausmaß hat es zuletzt in der Weltwirtschaftskrise 1930 gegeben. Werte bis zum Zweiten Weltkrieg wurde nach dem Zweiten Weltkrieg langsam zurückgefahren. Auf dieser Ebene, dieser Schwere, bewegen wir uns bei der Finanzkrise von 2008 und auch bei der Krise, die im September 2019 neu ausgebrochen ist. Das ist die Dimension, in der wir uns da befinden, finanzpolitisch. Im Oktober 2019 fand die nächste Übung statt, Event 201. Das ist der Ort, das Hotel, in dem diese Übung stattfand. Das ist ein Edelhotel in Manhattan an der Fifth Avenue, die wir hier sehen. Das ist der Central Park darüber. Und wenn man die Straße hier ein Stück weiter geht, ein paar Blocks weiter, ist der Trump Tower. Das ist also hier die teuerste Straße von Manhattan. Und dieses Hotel ist 1930 mitten in der Wirtschaftskrise eröffnet worden mit dem Geld von großen Wall-Street-Banken. Und die Architektur dieses Dachgeschosses ist angelehnt an die Schlosskapelle von Versailles. Also dieser barocke Prunk von Ludwig XIV. In diesem Prunk wollten die Wall-Street-Banker, die das da finanziert haben, eben auch gern leben und haben sich auch so ein bisschen auf diesem Level gesehen. Tja, das Hotel gibt es bis heute und dort, genau dort in New York, fand diese Übung statt. Event 201, wo tatsächlich eine Coronavirus-Pandemie geprobt worden ist. Ich will Ihnen mal kurz sagen, wer hier an dem Tisch sitzt, dass man einen Eindruck bekommt, welche Personen hier also geprobt haben. Das ist der Moderator von dem Zentrum for Health Security. Neben ihm sitzt der Christopher Elias. Den hatten wir vorhin, der ist von der Gates Foundation und ist ja nun Berater der Bundesregierung gewesen, wie wir vorhin erfahren haben. Rechts neben ihm sitzt der Chef der amerikanischen Seuchenschutzbehörde. Das ist der Chef der chinesischen Seuchenschutzbehörde. Die haben auch an dieser Übung teilgenommen. Das ist der Vize-Chef von Johnson & Johnson, des nach Börsenwert weltgrößten Pharmakonzerns der Welt. Das ist die ehemalige Vizepräsidentin der CIA, die hat auch in dieser Runde gesessen. Und hierher hier vorne ist der Präsident der PR-Agentur Edelmann. Das ist die größte PR-Agentur der Welt. Auf dieser Konferenz, bei dieser Übung wurde wie gesagt eine Corona-Virus-Pandemie durchgespielt, auch mit Blick auf die Öffentlichkeitsarbeit. Es heißt in den Unterlagen zu dieser Übung, Regierungen werden mit Medienunternehmen zusammenarbeiten müssen, um geschicktere Ansätze zur Bekämpfung von Fehlinformationen zu erforschen und zu entwickeln. Dazu muss die Fähigkeit entwickelt werden, die Medien mit schnellen, genauen und konsistenten Informationen zu überfluten. Die Medienunternehmen ihrerseits sollten sich verpflichten, dafür zu sorgen, dass amtlichen Botschaften Vorrang eingeräumt wird und dass falsche Botschaften unterdrückt werden, auch mithilfe von Technologie. Und das ist ja im Grunde genau das, was jetzt gerade passiert. Hier nochmal ein anderes Bild auf diese Konferenz. Wir sehen hier die Organisatorin. Das ist die Direktorin des Center for Health Security, Anita Cicero. Sie ist eine Anwältin. Sie hat, bevor sie für dieses Institut gearbeitet hat, für eine große Anwaltskanzlei als Pharma-Lobbyistin gearbeitet. Sie hatte 300 Anwälte unter sich. Und zu ihren Gesprächspartnern gehörten Mitglieder der Europäischen Kommission, gehörten Politiker aus dem amerikanischen Senat, denen sie die Interessen der Pharmaindustrie nahegebracht hat, bevor sie dann Vizedirektorin dieses Centers wurde und Übungen wie diese mitveranstaltet hat. Was ich sehr interessant finde, ist die Präsentation links oben auf dem Bild, wo man eben sieht, wie diese Krise, die da fiktiv durchgespielt worden ist, veranschaulicht wird. Also man sieht hier eine Grafik, die Fallzahlen, wie sie sich entwickeln. Man sieht, welche Länder wie stark betroffen sind. Man sieht, wie sich die Börsenkurse entwickeln zeitgleich, wie viele Tote es gibt, projiziert auf die nächsten Monate. Das ist genau die Art von Präsentation, die wir in der Corona-Krise durch die Johns Hopkins Uni, die diese Übung gemacht haben, präsentiert bekommen. Und die wir auch vermittelt durch diese Institution in allen Medien vermittelt bekommen. Genau diese Art der grafischen Darstellung der Zahlen, das ist genau das, was jetzt unsere Realität ist. Und die vorgeschlagenen Beschränkungen von Social Media und so weiter und dass YouTube und Google und die großen Konzerne da also beschränkend eingreifen sollen, auch das, was hier vorgeplant wurde, ist jetzt Realität im Moment. Und ich denke, all diese Informationen zusammengenommen sind ein wichtiger Hintergrund, um sich eine Meinung zu bilden, was hier im Moment eigentlich gerade passiert. Ja, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.